Hallo und herzlich willkommen zu Fortnite. Ich und mein Freund Ellenberger versuchen bei Ranked heute noch Gold zu werben. Kann schwer werden? Denn halt, ihr könnt leider Nikita halt nicht hören. Das ist so ein kleiner Spitzname, Nikita. Das ist so ein Spitzname für ihn, okay? Nur damit ihr es weißt. Auf jeden Fall, ich freue mich, dass ihr zuguckt. Und mein Spitzname ist Colin. Weil ich cool bin und dann noch ein Lin. Weil ich cool bin. Ey, warte, ich gucke auf Karte. Ja, falls ihr es noch nicht weiß, wo der gelbe Name ist, gibt es Drohnen. Wenn man die kaputt macht, bekommt man da richtig geile Waffen raus. Und wir müssen jetzt auch mal die Karte zu fressen, oder? Ne, ich nicht. Ich muss drei Sturmfassen überleben. Das wird voll leicht, ey. Ja. Die Runde wird voll leicht, ey. Das wird die leichteste Runde, die ich je hatte. Da sind die Wikinger. Ey, Nikita, komm hier lang. Hier sind die Drohnen. Nikita, wenn ich jetzt sterbe und du nicht da bist, sind wir tot. Dann sind wir tot. Ey, ich hab Rocket Launcher. Ey, ich mach Drohne kaputt. Noch eine. Eine Drohne bekommst du. Nikita, okay? Damit du es weißt. Digga, ich hab Pump. Ich hab's gar. Ich hab's gar. Ich hab's gar. Wissen Sie, die haben nie richtiges Elm. Ich guck mal, ob noch eine Drohne übrig ist. Muss ja. Ey, aber Nikita. Ich hab die Waffen für dich mitgenommen, die du bekommst. Hier. Ich kehre den Gegner schon. So. Auf jeden Fall. Wir tun unser Bestes. Wie ihr wahrscheinlich wisst. So, Nikita, wo wollen wir hin? Komm, lass uns noch Tiltilt. Geil. Ich fett's jetzt. Boah, da hat er zwei Chak-Chaks. Geil. Den Weide genommen. Nee, ich kann. Ich kann. Ich kann. Ich kann. Nee, du sollst nicht so viel schleppen. Pump Money hab ich. Ich hab selber nur fünf. Eine Stromphase hab ich überlebt. Fehlen nur noch zwei. Guck mal, ich kann ja einfach so rumfliegen mit Handkanonen. Ich weiß ja, wie Spästern sind sie. Manchmal sind die mies. Lama. Lama, Lama, Lama. Ich seh die von der weiten Ferne. Guck's auch, ich seh die einige. Kilometer weit. Ey, ich hab Falle. Ich hab die Deckelfalle. Hier, kannst du auch noch mitnehmen. Ey, komm, ich pfüfte. Hui. So, jetzt müssen wir Tiltilt, Tiltilt, Tiltilt. Ist so jetzt so, ne? Ey, da ist Gegner, da ist Gegner. Ich hatte in einen Headshot gedrückt. Guck mal, was er hatte. Lila, das ist neu. Und wo ist sein Kollege? Hier. Sein Kollege habe ich einfach mit Handkanonen in der Luft Headshot gedrückt. Das hat mich voll gewundert, ey. Ich habe jetzt irgendwie so Headshot gedrückt. Woher hast du die? Können wir tauschen? Gegen die? Die ist auch schon gut, ne? Ey, ja, ich habe hier. Warte. Ja, ne, ich habe Luftwarp abgeschossen. Da war ein Gegner irgendwie drauf, glaube ich. Da war irgendwie so ein anderer Strich noch drauf, als wenn es Gegner wäre. Habe ich geguckt, ob es wirklich einer ist. Vivian Zuschauer. Ach da jetzt, da kommt mir zu. In Fortnite. Ey, ich hoffe, wenn ich, ähm, 1.000 Abonnenten, warte, ab, wie viele Abonnenten kann man live gehen, Nikita? Wenn ich 1.000 Abonnenten habe, gehe ich auf jeden Fall nochmal live. Nein, ich weiß ja. Hä? Guck mal, wo der Luftwarp ist. Noch nicht öffnen, noch nicht öffnen. Nicht öffnen. Nein, du bekommst Lila. Hier, 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 hier. Haben wir getauscht. Also ich habe... Guck mal, guck mal. Ich habe, ich habe Lila eine Snipe. Komm schnell. Komm schnell, bitte. Nikita? Okay. Okay. Dann lasieren. Ach, kacky. Denn-den-den-den-den-den-den-den-den-den. Penk. Denn-den-den-den-den-den. Blu-dua-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Blu-dua-dua-ba-dua-ha-ha-ha-ha. Dain-zen. Ich sehe da kein Gegner. Ich gehe so gut auf. Da, Gegner. Ausschweigen! Hau ab da! Ach du, hau ab! Hau ab da, schnell! Hier hinter den Stein, hier hinter den Stein! Schnell! Lass da schnell hin! Okay, heil! Hast du Schack, Schack? Da ist... Komm mal zu mir! Die sind low! Achtung, hier sind noch andere! Ey, darf ich die Krone? Egal! Da kommt ja eh noch! Der eine da! Der, da ist gewiftet! Nur wohin? Achtung! Ach da! Ich weiß wohin! Okay, ich habe ja eh fünf Kronen-Siegel! Was ist denn? Also nur zwei? Drei? Weiß nicht! Ja! Ist halt so, ne? Da ist Gellixi-Man! Da ist Gellixi-Man! Da ist Gellixi-Man! Ich weiß noch nicht mehr! Da! Da hat der eine... Da hat der eine seinen Kollegen wieder geholt! Den... Den wir da attackiert haben! Kacke! Ich finde vor, ich hätte den noch mal in der Luft gekehlt! Mies! Also ich würde sagen... Für jetzt war's das mit meinen... ...Videos!